Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icarus. Wieder mit dabei, der Chris. Hola. So, wir haben gerade mal eine Hyäne erlegt. Hier liegt sie. Sind bestimmt auch, wenn die dich verfolgen, bestimmt eklig, finde ich. So, und du hast gesagt, hier ist eine Höhle. Da, ja. Kommst du so rein? Ja. Aber für irgendwas muss ja der Bohrer noch gut sein. Kannst du den... Versuchst du den mal an Steinen zu setzen oder so. Der braucht uns ein Snappoint. Wenn du machst einen Snap, steht er nur. Der ist überall rot. Aber wo soll der denn sonst noch benutzt werden, hä? Oh, hier ist aber viel Eisen. Sehr viel Eisen, ne? Was? Alter! Ah, und Platinum. Aber Eisen auch jede Menge. Wo sind wir hier? K7. Ja, los, dann lass mal hier Richtung... Scanzone. Scanzone, alles klar. Was der sagt, äh, äh, 3 oben. K3, ja. Aber den Buggy, den sieht man so noch gar nicht, wa? Also, bestimmt Rang 4, wa? Dann... Ja, bestimmt, aber auch Update. Aber Rang 4 ist ja auch noch nicht. Rang 4 ist ja auch nicht drin, ne? Extraktor, Alter. Das ist vielleicht zum Abbauen. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht kann man später auch nach Öl bohren oder so. Das wäre natürlich auch nice. Ach so, machen die Bären jetzt eigentlich nur... Ah ja, die sind eigentlich sinnvoll zu benutzen. Ach, wir müssen mal Lagerfeuer bauen, ne? Warum? Ist dir kalt? Wegen Fleischgrill, ne? Ja, klar, ne, wisst du. Wegen Fleischgrill. Ah, ich hab auch noch rohen Fisch. Ist mal kacke, wenn es jetzt dunkel wird. Wenn es jetzt dunkel wird, ist schwierig. Ja, das sollte reichen. Brauchst du Lagerfeuer, oder sag ich? Kannst du auch bauen. Stein und Stöcker. Aber finde ich krass, dass man keine negativen Buffs quasi in der Wüste hat. Na gut, wir haben halt einen Raumanzug, wa? Oha, aber das Fier ist leer jetzt. Hat er gut verbraucht. Nee, nee. Ich glaub, das hat er einfach komplett verbraucht. Äh, sollten wir jetzt Lagerfeuer. Nur noch Stein, krass. So, herstellen. Was wird noch? Ein Stock. So, hat ein Feuer. Gut, können wir erst mal weiter. Kannst du das mal weiterlaufen? Ich würde sagen, erst mal weiterlaufen, bis zur nächsten Höhle. Räuchte halt, kannst du einen Schlafsäcke herstellen? Da können wir Schlafsäcke, genau, Schlafsäcke drin herstellen. Da machst du alles dafür? Ja, ja. Ich töte grad noch das eine Bison hier, oder? Also, wenn die nicht getötet werden wollte, weiß ich auch nicht. Okay, die hat nichts. Hast du noch Fell bei dir? Jo. Oder auch nicht. Haben die Fell? Die haben gar kein Fell. Doch, doch. Also, bei mir haben sie gerade eben noch Fell gejobbt. Auch noch acht Fell. Kein Fell gekriegt. Sogar keins. Vielleicht nur bei, vielleicht nur bei dem männlichen. Das war gerade weibliches. Das wäre krass. Darauf auch noch achten muss. Stearshot. Ja, die Frage. Wobei, hier ist ja wieder ein See. Also, selbst Wasser ist hier nicht so gut. Vielleicht sind die Ressourcen einfach knapper. Das kann sein, natürlich. Stein habe ich gemerkt. Was ist mit Stein? Dass Stein sehr knapp war. In der Wüste. Meine ich. Äh, ja, aber zum abbauen. Zum Beispiel die einen Steine hier vorne. Die Lassen sich kann ich abbauen. Vorher ist es hier kalt im Wasser. What the fuck? Da liegt es noch eine Höhle. Hinter dir quasi. Ja. Ich habe noch nicht genug Fell. Hast du gar kein Fell? Nee. Ach, hier ist ein Hyäne. Quatsch. Na, jetzt geht die Sonne unter. Ja, ich kann mir dann auch vorstellen, dass es dann keller wird, ne? Ja. Aber das würde ja dann eigentlich auch passen, ne? Weil wir das mit dem Sensor jetzt fertig kriegen. Da können wir morgen die andere Mission machen. Oh, hier hast du aber auch viel. Alter, hier ist noch mehr Metall. Echt? Okay, also Wüste ist auf jeden Fall ein Metall-Hullspot. Stöcke brauche ich. Hast du Stöcke? Die habe ich nicht. Was jetzt? Doch, warte, ich kann die doch herstellen. Du kannst ja Stöcke herstellen, oder? Wie viel brauchst du denn? Hm, 20. Leichter Sandsturm in coming. Gut. Das ist ja nur ein leichter. Dann ist das Schnee da hinten. Da ist auch eine Höhle. Da sieht das nur so aus. Aber kannst du auch zwei herstellen? Ja, ja. Ich habe zwei hergestellt. Können wir schon schlafen? Ab 19 Uhr, glaube ich. Legt dich mal hin. Naja, geht auch nicht. Du hast aber keine Einbuße irgendwie. Stell mal den Dings auf das Feuer. Ich muss mal Essen kochen. Ich habe nichts mehr. Na, geh rüber. War hier drin Wasser? Ne. Doch. Echt? Ach doch. Fisch habe ich noch. Die Trinkschläuche laufen noch gar nicht mehr aus. Doch, aber nur ganz leicht. Okay. Alter, aber hier geht es ja. Was haben sie ja. Wow, aber jetzt ist schon. Das habe ich ja vorhin vorgelesen, ne. Dass die, äh. Dass die, was? Dass die, äh. Dass diese Edelressourcen hier mehr sind, aber die normalen Ressourcen zum Überleben weniger. Ja, genau. Aber im Endeffekt findest du hier alles. Guck mal, da kommt ein roter Bereich gleich. Ja. Leichter Sturm. No shelter. Knochen, brauche ich mit Knochen. Na, ich lasse es mal im Inventar. Wer weiß. Ja, für Pfeile oder so, naja. Wer weiß. Versch trifft wir ja wirklich auf Englisch und Nase, wie du letztes Mal gesagt hast. Das wäre jetzt schon nice. Ja, fände ich jetzt nicht so nice, weil wir haben keine Schussfahrt. Kann man ja erstmal umlaufen. Weil das Nase und ich riecht. Ja. Ich bin mal gespannt jetzt beim... Beim Boden? Mhm. Aber das ist jetzt die... Das ist irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Wir sollten die Skelette mal liegen lassen, sieht cooler aus in der Wüste. Hat was, ne? Texas-Style. Aber ich finde, man findet eigentlich alle Ressourcen. Was fehlt denn? Du findest Fasern. Ja gut, Stöcker kriegst du jetzt nicht so viel. Aber du kannst ja herstellen durch... Also irgendwie. Weizen natürlich kriegst du nicht, aber... Braucht man jetzt ja auch nicht so oft. Jetzt kommt der... Oha, dicker da hinten. Oder ist das der Berg? Ne, das ist der Sturm. Ich geh rein. Tschüss. Das ist ja wie hier Prince of Persia. Wenn die Wall auf dich zukommt. Ah, oder bei Conan Exiles ist der auch so ein übelster Sandstrom. Ja, stimmt, ja. Jetzt... Jetzt wird's heiß. Bakterien? Okay. Was, Bakterien hab ich nicht? Mhm. Deutsche Bakterien hast du gekriegt. Das ist ja schwach. Wieso geht das jetzt wieder zurück? Medium Desert Storm. Wenn man da vorbei ist. Da darfst du wahrscheinlich nicht reinkommen. Weißt du, dass der nur da hinten ist. Und wenn du aber da hinten bist, dann hast du Arschkarte. Jetzt zieht er sich halt wieder zurück. Was kommt jetzt zum Schluss noch? Ein Regen? Könnte sein. Aber sieht schon nice aus, die dicke Wolke da hinten. Sieht sich halt nicht so gut wegen dem... Ja, hier sieht man sie besser. Da jault was. Wir hier jaulen doch nicht. Die lachen doch nur. Ja. Die Vertonung ist ein bisschen merkwürdig. Ah, ich hab noch Fleisch. 15 Stück. Ich brauch' ich keins. Hätte ich auch jetzt geben können einfach. So. Jetzt würde ich mal gerne wissen, ob da jetzt wirklich zum Schluss noch ein Regen kommt. Wieso komm' ich hier nicht höher? Du, ja. Ganz komisch. Ach nee, bei mir war das wahrscheinlich nur aufgefüllt, die Dinger. Wobei, nee, du hast gesagt, bei dir laufen die gar nicht aus. Äh, wie? Ach so. Die, äh... Die, die Trinkschläuche? Ja. Doch, jetzt fang... Jetzt fängt's auch langsam an auszulaufen. Also mit Fackeln an im Dunkeln siehst du gar nichts. Ja, warte, ich wollte den Regen mal sehen. Kommt ja jetzt. Storm incoming. Ja, das andere Hohle ist ab. Da hinten der dicke Haut ab, ja. Aber es ist kein Regen, oder? Kein Dicke. Warte, jetzt kommt vielleicht der Säure-Regen von hinten. Hahaha. Sieht so aus, ne? War cool, wie der sich da hinten zurückzieht. Jetzt sieht man das richtig. Wird wieder sternklare Nacht, jetzt. Oh, wird richtig kalt, guck mal. Ja, ich hab wollte's grad sagen. Leichter Sandstrom ist das. Ja, komm. Das Schla... Oh. Ach so. Storm incoming. Nichts Gefährliches. Da. Den Schlafsack mitzunehmen. Ja. Das Feuer auch. Ja, jetzt hab ich's du der Feuerwächter. Hahaha. Fleisch mitnehmen, oder nicht? Klar. Alles mitgenommen. Oh, nee, oder? Lassen. Ich hab jetzt, äh... Grad eben Fleisch angegiert, wo du auch... Jetzt hab ich hier ein Stück Fleisch die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Wo ich mit der Maus hingehe. Hahaha. Aber jetzt ist es weg, okay. Was wollte ich denn sagen? Äh, guck mal die Wand da hinten an. Ist das Eis? Scheint so. Das ist einfach nur ein Grafikfehler. Könnte auch zweiteres sein. Ja, Grafikfehler. Ja. So, jetzt muss man ganz in den Norden, sagst du. Mhm. Ich hab mal gespannt, du. Ich sporn, wie fließt die Wirkung. So, was brauchen wir noch? Wir können einmal eine Bäre essen. Eine hab ich noch. Die letzte. So, da haben wir mehr Ausdauer. Ich hab noch 30. Da kann ich hier welche abdrücken, naja. Immer wieder Ausdauer. Fleisch hab ich. Fische hab ich aber keinen. Das andere haben wir auch. Was das regt hier. Hm. Sogar mit Moosstein. Ah, ist aber schon ganz geil. Sie erinnert mich wirklich ein bisschen an Conan. Ja, dezent, ja. Bestimmt. Conan war eigentlich auch ein cooles Spiel, ja. Vom Bauen her. Wann jetzt? Er knurrt hier rum. Knurri-Boy. Hey, die Schluchten. Wo ist mein Wingsuit, wenn ich ihn brauche? Habe ich den Yara vergessen. Fakuer 6. Achso, wer hast du meint, das ist für ein Ark? Der Wingsuit. Wow, hier müssen wir mal runter erstmal. Aber sieht schon nice aus, du. Mhm. Nö, 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 nö. Wo ist der Puma? Der Puma würde ich schon gerne noch sehen, ne? Hier kommen wir aber runter. Oh. Das hat wehgetan. Autsch. Ah, na gut. Kaum Leben weg. Bist du jetzt? Ich bin runter. Die Frage ist, ob das Wasser tief genug ist. Dann könnte man da einfach reinspringen. Oh. Ich bin fast tot. Aber bist du unten? Nö. Schaffst du es runter? Ja, geh doch links. Okay, Wasser ist nicht tief genug. Ja, das hätte ich auch sagen können. Aber hier ist eine tiefe Stelle. Nein. Er konnte da nicht stehen. Bist du tot? Ja. Nö, ich bin dein Ernst? Doch. Wir haben uns beide unsere Schlafsäcke aufgehoben. Oh, nee. Warte, dann mach ich hier. Obwohl du bist schon Level 30, wa? Ja. Ich muss das jetzt machen. Frage ist, wie viel du da verlierst. Ja, von AP her nix, weil ich bin ja Max-Level. Aber von Gier. Die Bohrer brauchen wir zwar nicht mehr, aber wir brauchen das Radar, was du auf den Rücken hast. Dann bleibe ich nicht stürmend. Dann bleibe ich liegen. Aber ich weiß ungefähr, wo du liegst. Vielleicht finden wir dich noch. Ja, komm, dann bleibe ich liegen. Dann hol mich. Der Chris hat mich gerade hochgeholt. So, äh, was, wie, wo, was war? Die Sonne? Wo, warum? Okay, die ist echt klein. Soweit, wie die weg ist, wo wir haben, kann das ja... Oh, das ist nur hier, ne? Im Wasser. Im Wasser. Na ja. Die kühlt sich auch ab. Ja. So sehe ich jetzt mittlerweile M3, äh, K3. Ich sehe, ich sehe keine 3. Wie viel Grad, wie viel Grad Umgebungstemperatur hast du? Meinst du, das ist eine 3 oder guckst du die... Ne, 8 sind wir schon vorbei. Hey, bei mir gehört die Karte bei 3 auf. Äh, bei 4. Wir müssen zur K3, da ist das Symbol von mir. Ganz komisch. Äh, wie viel Grad, wo sehe ich das? Oben rechts, Umgebungstemperatur. Umgebungstemperatur. Ach da, 39. Ja, wir auch. Komm, wir reiten. Ja, so Fortbewegungsmittel fehlt gerade noch, aber... Gibt's ja irgendwann den Buggy. Äh, trink ab und zu mal hier aus dem Fluss, dass das ein bisschen runterkühlt. So, nur reingehen. Aber mit den Klamotten, die ich hab, ist nicht warm. Also hab ich noch gut... Zwei Zentimeter Platz. Zum, äh... Nehmen wir mal den Oxy hier mit, der am Strand liegt. So, was brauchen wir? Hast du noch eine Bäre für mich? Klar. Klar. Fallen sie runter wie Smarties. So, haben wir die beiden Buffs nämlich. Fisch könnte man noch, aber hab ich jetzt keinen gebratenen. Aber viel zu sehen gibt's hier nicht, du. Hm-mm. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Links ist noch eine Höhle. Ja. Hm. Das ist wie im Schneewehen. Bloß da hat man noch ein bisschen Action, weil die Wölfe da in Massen kamen. Glaub mal, hier kommt auch noch irgendwas, was dich in Massen angreift. Hyänen sind doch eigentlich auch Rudeltiere, oder nicht? Eigentlich. So kann ich das so denken, dass, äh, weil da steht ja bei der Mission, äh, research the scanning zone and deploy the radar, complete the radar scan. Das heißt ja, dass da auch wieder irgendeine Zeit abläuft. Ja. Da hab ich jetzt bedenkt, dass wir so ein kleines Event eingeführt haben, weißt du? Wahrscheinlich. Dass dann auch mal irgendwie da mal der Puma vorbeischaut, so, hello, ich bin auch noch da. Bin schlecht in ARC, vielen Dank für dein Follower. Das ist aber nicht gut, dass du schlecht in ARC bist. Hier sind jetzt Wasserfälle, voll gut. Ja. Aber da oben war mir doch schon mal, weißt du es noch? Wo immer, äh, wo immer die Todeszone war? Wo wir nicht weitergekommen sind? Könnte sein. Aber ich sehe, dass du bis drei gucken kannst, verwundert mich. Karte. Hm. Nee, ich kann es dir echt mal zeigen. Bitte, dir hast eine Hyäne, ja. Äh, hä? Hier ist Verkehr. Was ist da? Hier ist zurück. Hä? Return to play app? Tja, dann einen anderen Weg finden. Haha. Scheiße. Ist ja auch geil. Links lang wahrscheinlich irgendwo. Nee, rechts. Wir müssen Richtung Norden. Oh, Hyäne. Oh, ich treffe ihn nicht. Boah, die halten aber ganz schön aus, du. Hast du eine Höhle gefunden? Ja, hier. Ja, hier ist gut. Wo denn? Durch den Westen. Da. Da hinten, na. I see you. On ICQ. Shit, ich brauche. Ist nicht da hinter dir. Ah. Oh, oh, Oxy. Hast du gerade gesagt, komm, wir schlafen. Ist 13, 14 Uhr. Hä? Ach, bei mir war gerade 20 Uhr. Ach, Missionszeit. Hochschul-Tuch. Hahaha. So. Oxy. Das Tornado? Stand das da? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der Hund, Junge. So. Wie sieht's hier mit der Höhle aus? Da kann ich ja meine Matte wieder aufheben. Hier gibt's Trinken. Wasser. Da gibt's aber auch gut Metall. Ja. Ich hätte mal weiterlaufen können, oder? Ja, ich weiß nicht, wenn die rote Zone jetzt kommt, wenn wir in dieser Tornado. Ach. Hier war doch gerade noch eine Höhle. Geh auf weiter jetzt. Ja. Risiko. Und sogar zwei rote. Wohin, in welche Richtung laufen wir jetzt? M7. Da müsstest du hier eigentlich gleich nach oben können. Richtung Rohn. Ja. Hier bist du in der Schwucht gekommen. Wow. Hier ist eine Höhle. Aber eine offene. Okay. Dann ist vielleicht das der Durchgang. Ist er auch. Wissen die? Hier ist noch ein Loch. Naja. Einfach nur eine offene. Offene Höhle. War auch wieder übelst Metall. Naja, man muss wahrscheinlich, man darf nicht unten lang gehen. So, jetzt wird's rot. Da kommt die Wall. Frage ist, ob die einen jemals erreicht. Mal gucken, er ist ja schon wieder gleich vorbei. Oha, Hyäne. Putz, Junge. So, weiter geht es hier. Guck, da ist die Schlucht. Wir sind da lang gelaufen, ne? Wo sind wir jetzt? Welches? L7. Naja, hier müsste es definitiv nach oben gehen. Da rechts ist auch eine Höhle. Da waren wir sogar drinnen. Naja, wir sind dann halt wieder zum Wasser. Am Wasser bleiben und so. Pulver laufen. Oh, hier gibt es Kakteen. Guck mal. Ich wollte gerade sagen, meint es, da gibt es auch Flüssigkeit draus. Ne? Realife mäßig. Da gibt es Holz und Fasern. Und Baumharz. Doch nicht so realife. Oha, aber jetzt mal mit einer Dings abbauen vielleicht. Mit einer Sichel, so dass du da mehr Baumharz rauskriegst. Ich bin schon gewundert, wo der Baumharz in meinem Dings herkommt. In meinem Inventar. Oh mein Gott, du schläfst die Ziege an. Alles klar. 250 Sekunden noch. Jetzt wird es dunkel. So. Jetzt müssen wir eigentlich weiter Richtung Norden. Oh, können wir doch. Da geht es doch noch weiter hier links lang. Oh. Hast du jetzt rechts lang gelaufen? Ja, ja. Dann geh doch deinen eigenen Weg, Junge. Mache ich. Irgendwann findet ihr... Irgendwann kommen wir wieder zusammen. Da, guck. Hi. Mal aufpassen. Jetzt wird es wahrscheinlich richtig schnell kalt. So weit ist das gar nicht mehr. Drei Kacheln. Ist mir jetzt links, dann ist mir rechts. Du sagst links? Okay. Da müsste sogar gleich Wasser kommen. Tatsache. Aha. Habe ich gerochen. Hahaha. Das ist zu geil. Mir auch nicht die Map verraten, die ich gerade nebenbei offen habe. Ach so. Kann man echt mal einen Hustenbonbon vertragen hier. So, aber hier haben wir schon mal Wasser. Das ist schon mal gut. Aber gut, ich will auch einfach daraus trinken. Das ist nicht. Ui. Ist das gerade geblitzt? Ja. Habe ich mir auch gerade gedacht, hä, es ist doch gar kein Sturm. Das ist ganz flaches Wasser. Links oder rechts? Links. Bleiben wir jetzt immer links. Alles klar. Da gibt es nämlich keine Border-Begrenzung. Hahaha. Diese Auszauber macht mich fertig. Aber wir bräuchten nur langsam eine Höhle wegen Schlafen. Mhm. Ja, hier hast du alles. Guck, hier hast du Holz, hier hast du Fasern, Stein. Ja, ich kann man hier bauen. Ja, aber die Stadt, da kannst du dich abbauen. Das ist das Problem. Äh, doch. Nein, mach mal. Hier? Mhm. Stimmt. Das ist nur Deko. Wow. Fleck. Höhle. Alter, hab ich mich erschreckt? Kommt diese Scheiß an die Lobbüder aus der Höhle raus? Ich dachte, das wäre der Puma, Alter, ey. Hier ist eine Höhle, wo ist denn eine Höhle? Ah, ja, ja. Ja, lass uns hier drin pennen, oder? Hier ist so viel Eisen, ne? Könnten uns so geile Rüstungen bauen. Ich lieg schon. Ey, hoch. Klar. Du liegst gar nicht. Klar. Von mir steht einer von zwei Blair Sleeping. Jetzt zwei von zwei. Doch, er ist ab 19, sag ich doch. Ich hab nie was anderes gesagt. Ich kann nur in der Nähe von einem aktiven Campfire schlafen. Steht da. Na, warte. Will ich da in den Schlafsack? Warte mal, wo ist mein Schlafsack? Ja. Ist ja gut, scheiß Feuer. Hier, da hast du dein Feuer. Boah, Alter, direkt mit dem Kopf. Ah, schlafen. Tatsächlich nur im Lagerfeuer. Sehr witzig. oberen muss, ne? je werd nicht vorbe topsuties, aber ja. Ja, ja. Ich sage, wie sie heute sind im Lagerfeuer. Untertitelung des ZDF, 2020